Das einzige Problem am One-Step-Match-Making ist, dass es so schnell ist, dass es sich nicht lohnt. Oh je, der arme Donny, ey. Aber schön inszeniert. Dass wir den Donny zu schnell gehen. Was anderes. Was spielen wir überhaupt? Geisel, Scholli. Geisel, du kannst... Okay, das heißt, der Steff ist mein Buddy. Steff, du bist mein Buddy, du kommst mit mir mit. Ich spawn doch schon bei dir. Brav. Na, Hibana kann ich mir noch nicht leisten. Genauso wie Frost und Valkyrie. Alter, investier einfach 10€. Schon wieder, ich hab schon 20€ für den Scheiß Murphi. Mi 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 mi. Ja, das hätte ich auch für den Sneaker sparen können. Alter du hast genügend Schuhe! Ich hab gar nicht so viele. Nur 30 Paar. wahrscheinlich hast du so viele schuhe wie ich spiele aufs team oder hat mehr schuhe als eine freundin dann wird es gefährlich mein keller ich habe das schaffe ich nicht okay vielleicht hab alle insgesamt zwei zwei paar schuhe und ein paar flipflops echt ja ich habe zwei paar fürs fitnessstudio ach stimmt doch ein paar zu trainieren zu hause die ich nicht anziehe völlig mindestens herumlaufen die wollen bandit weg machen direkt bei der kleinen tür ist direkt der wald camper ist lukas was der bei der kleinen am tier da ja okay finden wir schon das ist nicht verstärkt ja ich komm 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 diese wahnsinnigen markus wenn die anfang zu verstärken drauf kannst rein natürlich da ist bringen ja ich bringe es auch bitte war das doch headshot ich weiß wo die wald cam ist soll ich aufmachen ja kannst 1 oder zum durchgehen 1 mach daneben noch 1 ist das hier in dem bete markus weißt du so daneben mach einfach so eine longline rein ich hab keinen nachgeraten ok alles überfordert ich hab mal die kei muss da weg start an bis hier unten was hab ich ah ok treppe kurz ist nix treppe ist einer rechts achtung lukas wer kommt geht wieder hoch er geht wieder ganz hoch hat es kannst du das kleine kammerl drinnen ja sofort aber zack 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 ja ja ich bin eh schon dabei ja ihr müsst das machen wir kommen hier nicht weiter wir haben massiven widerstand kleines kammerl sollte noch frei sein da ist ja pass geh 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 äh wald ist genau wald ist im blick wie mein headshot mich zieht lauf 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 es ist keiner da es ist keiner da es ist keiner da lauf lauf durch ich hab's im blick die tür ja wald war zuerst da im eck ja going in ach du ein kleines kammerl ja ich hab glaub du hast in dir im blick grise ja ja kann jemand noch trauen ich wurde entdeckt problem ist bandit ist auf der treppe wahrscheinlich ja ich komm da ist doch drinnen wieso macht ihr von hinten null druck treppe ist nichts wir machen wir machen von hinten druck aber wir haben hier vier leute der flack links im eck gleich komplett ich hab die wald camp wo flack der quasi links von der tür genau im eck auf der treppe war vorerst nichts kap b bandit kommt von hinten von s und krise wir haben ihr habt genau ihr habt genau einen gegner bei euch vorne gehabt der rest hat sich auf uns konzentriert wollte ich nur dazu gesagt haben ihr hattet genau einen gegner dort vorne weil doc hat auf mich geschossen weil kyrie hat auf mich geschossen jäger hat auf mich geschossen und bandit war auf der treppe bei uns ja aber ihr habt die tür nicht die andere gegenüberliegende im blick gehabt doch ja so ist schon was soll ich denn was soll ich denn vier so ok vier gegner was darf ich sonst noch alles machen ja das ist gerne eine fußmassage auch noch gern also sagt nicht nein lucas ok also vier gegner erschießen dann soll ich noch die tür im blick behalten nach möglichkeit nicht an jäger sterben mir nimmst du noch keines bier mit zum wand aufschwassen naja ich merk das schon ja ich merk das schon das hakt ich fucking hate you so so unkack diese dreistigkeit ist einfach so kacken dreist das schaffe ich es überhaupt nicht Twitch vorne normale drohne oder wie ist ich hätte schwören können dass ich ne Twitch drohne gehört hätte Leute eine Hauptwand da brauchen wir noch hab nix mehr ich bin auch leer ich hab auch keine mehr ich bin auch gar nicht ich werde wenigstens nicht hin ähh Tür im morsen oder? Nein. Brauchst du einen YouTuber, Chris? Auch. Ja, vielleicht gegen die Twitch-Strone. Nicht direkt davor. Ich glaube, das passt so, oder? Oh, komm, wo kam das? Was? Ballert er? Ich? Irgendwas habe ich. Sehr gut. Was? War es Twitch oder Blackbeard? Blackbeard. DMR Blackbeard. Ach, da schießt Löcher rein. Aufpassen. Drohner kommt von hier. Habt ihr Twitch-Strone? Gut. Ja, Blackbeard und IQ sind hinten, sind dort hinten drinnen. Oder gespottet. Oberreuche ist einer, Oberreuche ist einer. Twitch, Twitch ist in der Bibliothek. Ich glaube, ich habe eine Hibana gekillt, bin mir aber nicht sicher. Twitch kommt über die Bibliotheks-Treppe runter. Okay. Okay. Twitch-Strone. Im Westen ist einer, im Westen ist einer, der hat gerade Twitch erschossen. Also, aufpassen, im Westen muss einer sein. Blackbeard ist an der Ost-Tür. IQ kommt auch über die, IQ kommt auch über die West-Treppe. Schild broken. Nice. Achtung, Jan. Äh, Chrissi. Norden, die Tür von hier aus gesehen. Injured. Mindestens einer. Mindestens IQ. Das ist der letzte Operator. Alter. Die lecken voll. Die ist hier im Gang. Ja, das hier kann man. Kann nicht lecken. 68. Die ist eben so geruckelt. Ja, ich habe auch aufs Gummiband gehabt die letzten Tage. Wayne. Steff, genau. Rendit. Langsam. Leise, leise, leise. Da hört es sich jetzt schon. Ist sie schon im Raum? Nein, die wartet auf mich. Alter. Stirb endlich. Tut mir leid, ich war zu ungeduldig. Alles gut, wir haben uns gewonnen. Ich hätte eins warten müssen, die... Ich will auch so leckeres haben. Diese scheiß schnellen Operator irgendwie das Schießen ist... Durch ein Killhole immer fast unmöglich. Okay, was können die jetzt machen? Küche wahrscheinlich oder Bib? Küche, Bib. Oder nochmal unten. Die haben gewonnen? Ach so. Können sie nicht. Das war die Aktion mit vier Gegnern im Fuß, Massage und Bier. Ah, ich habe noch ein Bier im Kühlschrank. Aber nicht wieder auf den Boden werfen. Nee. Alter, wo... Das wird auch nicht wieder passiert. Haben die jetzt... Haben die jetzt irgendwas angemacht, dass plötzlich zwei von denen einen 120er Ping haben? Und wir verlieren? Am Ende verlieren wir. Ich dachte das geht nicht mehr. Activate Porn Download. Also auf jeden Fall nicht unten. Küche, Küche. Ja. Liedschen. Mach mal die Head Show auf oben, oder? Habe wir ein Castle gesehen? Am Puls. Puls, möglicherweise, ja. Frost, aber auf jeden Fall er dabei. Okay, Frost, gehen wir nach oben. Ja. Ich ändere mal schnell den Spawn. Markus, wo willst du reden? Äh, Fenster. Fenster ist immer gut. Wo ist Bib? Oben, oder? Habe wir mal auf die Merck geguckt. Bis in der Küche? Oben, oder außen? Wie bis im Süden. Wie bis im Süden. Oh, das wäre unten. Okay, es hat... Hedge ist nicht verstärkt. Oh, ja. Nein, da will er nicht hin. Die beachten natürlich das gar nicht. Boah, das werden sie dann jetzt gleich merken. Soll ich die Clamer unten platzieren? Äh, ja, platziere es. Nichts im Bad. Markus, hast du dir schon was gemacht? Gang, auch nichts. Ja, na klar. Super, dass ich da oben auch mal fertig saß. Ich hol dir gerade auf. Ja. Breach doch auf, oder soll ich nicht die Bahner-Lattung verschwenden? Nein, nein, ich breach. Es ist bisher auch nichts. Auf. Da ist jemand drin. Einer sitzt... Einer hat geclitcht. Der sitzt da oben. Spray durch die Denke. Spray durch die Denke. Du... Du... Du solltest nicht zum Fenster hin da ist. Nur wird es reden, oder? Ja, gut. Ok, der ist weg, nicht auf. Wow! Leider ist nix weg, der ist noch immer da drin. Ich hab den... Ich hab den anderen gedrungen. Das ist sehr gut. Da ist Bandit drin. Ja, der bleibt auch da drin. Der liegt jetzt drüben bei den Schweinsköpfen. Bandit müsst ihr euch drum kümmern. Ah, das Problem ist... Oh, Krissi hat einen. Achtung, wartet kurz. Keine Frostmaps. Frost ist drin. Ihr könnt's. Krissi, eine. Ich gehe runter, okay. Warte, ich drohe gerade unten. Achtung, Puls ist direkt. Stefft, brauchst du? Ja, ich wäre über die große Doppeltür gegangen. Ach so, okay, genau. Das wir ein bisschen mehr Angriffspielfalt haben. Puls war, glaube ich, auch noch dritter, oder? Ja. Wir hatten nur zwölf Schuss, Lukas deckt. Beide, beide zwölf. Hab sie. Ich lade. Ach, scheiße, der ist genau da rechts an der Kante. Wo ist rechts an der Kante? Da, wo ich gepinkt hab. Nimm die Geisel, Lukas. Nein. Der hat ja nur mehr 1, AP. Ja, haben wir schon, haben wir schon. Danke. Mission success. Ich weiß, ich steh gerade vor der Geisel. Ja, ja, ich hätte jetzt ein Bein hart, die Geisel, und nicht die Nummer. Nein, nein, das Geiste war, ich bin vor der Geisel gestanden. Plötzlich bewegt sich die Geisel ein Stück nach links und die Frostmap löst aus. Ich bin nicht in die Frostmap hineingelaufen. Das ist ja das Geile. So. Hätte ich gesagt, nehmen wir eine Küche, oder? Machen wir das leichter auch, okay? Ich ja, nur, dass wir es gescheiter machen. Oh, bitte. Wir sagen es immer, immer wieder. Irgendwer sagt es immer wieder, und trotzdem immer, immer wieder. Nicht das Küchenfenster picken. Ja. Äh, Jan, kannst du mir, kannst du mir oben einen Moodjammer hinsetzen, bitte? Werte Raum. Lukas kriegt jetzt einen Stall draus. Das hat erstmal wertvolle Zeit verschießen. Oh, der Gott. Oh, Lukas hat erstmal den Schwanz von dem Schwarzen weggepacken müssen, ja. Eine Drohne ist bei dir. Wir haben irgendwo hier einen Moodjammer, bitte hin. Ich hab's ja schon hingestellt. Oder ist er falsch? Äh, Dings, Twitch Drohne. Hab sie. Nein, nein, ich meine hier bei mir drinnen. Ja, oben hast du einen. Oder ist er kaputt? Also ich sehe jetzt bei mir keinen. Ich hab nicht mal einen gehört. Hier steht einer. Ja, bei mir. Weißt du, wo ich bin? Falscher Bauch. Komm, äh. Ruhe, bitte. Sorry. Wohin, Lukas? Lukas. Ich bin nur da. Okay. Nur da. Dass er nicht zerstört wird, aber. Da. Ja, setz ihn da her. Setz ihn da her. Er ist jetzt meilenweit alle weg vom Object. Ja, es tut mir wirklich leid. Blackbeard ist draußen. Firmat geht drauf hier. Jan, droppst du? Ja. Ich werde hier oben zu hart, under pressure. Ich bin hier oben zu hart, under pressure. Es tut mir wirklich leid. Und scheiße. Twitch ist oben, Pip. Geht runter Richtung Doppeltür. Calm down. Twitch geht dicht und Hatch. Schlafzimmer. Ich glaube, sie hat gerade die Drohne runtergehauen, oder? Nein, nein, das ist gedroppt. Ich wurde entdeckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was in der Küche ist. Er hat Twitch Drohne. Wo sich heißt Drohne? Oder eine Drohne auf jeden Fall. Was schießt er von oben durch? Nein, der hat von der... Nein, nein, von oben hat man seit was durchgefallen. Das war das Leid, der durchkeimert. Bei mir sind da keine Löcher in der Decke gewesen. Was? Wenn er nicht durchkommt. Was? 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 Ich glaube nur, dass die Geisel nicht grabben. Ach, fuck. Ja, besser so als... Alter, ich weiß nicht, wie mich Blackbeet erwischt hat. Aber ich habe mit der Pistole die Twitch zweimal angehettet und ihr trotzdem 100% HP kanntet. Ja, das sind die Server. Ja, das ist für ein Scheiß, wirklich. Weißt du, weil wenn das mit den Servern klappt, dann verhöre ich die und die Runde ist gewonnen. Du musst noch zwei Monate warten. An dem du es leider gestehen, zwei Monate nicht spielen ist auch keine Option. Ja, im Zweifelsfall die Gegner sind schlagbar. Hätte ich gesagt, tun wir das auch. Das sind ungefähr zehn Klassen unter dem, was Arzau und ich heute abbekommen haben. Ja. Wir haben uns wirklich teilweise 4-0 zerdopft. Ich glaube noch einmal, oder? Nicht unten. Nicht Küche. Schlafzimmer, oder? Bip. Bip, bip, bip. Ah ja, Mute-Chem. Jede Menge Mute-Chem. Achtung. War ja auf der Treppe. Ich muss meine Drohne in Sicherheit bringen hier. Walk ist drüben. Schaut, dass ihr nicht gespawned werdet. Übrigens, ich glaube die campen die Hedge. Äh, die campen die Leiter. So wie es ausschaut. Oder es wird eine Walk-Camp. Die campen den Raum da oben. Ja, da ist ein Loch hinter dem Fenster. Ja, Walk ist da oben. Wo? Da, wo ich eigentlich drauf wollte. Gegenüber vom Schlafzimmer. Hahaha. Ich glaube Schlafzimmer ist keiner. Und Bart auch nicht. Irgendwas ist aufgegangen. Da oben, Bart. Bart. Der ist doch da reingerangt. Alter, der hat ein ganzes Magazin gefressen. Harbin. Nein, das war nicht der. Das war Doc, der rausküpft das. Ich habe gerade einen Jäger erschossen. Da oben im Bart. Achso. Ah, Doc ist rausküpft. Der ist raus, wenn er voll ist. Sonst ist es aber kein hier. Erstmal im Schlafzimmer. Soll ich die Hedge öffnen von unten? Kannste. Ich sehe da bei mir einen Laserpointer am Gang heraußen. Wo ich stehe? Beim Fenster. Fall kam über der Treppe, äh. Trophäenraum. Doc, halt. Doc hat was aufgespritzt. Ah, ich glaube es sich selbst. Der hat ein ganzes Magazin von mir bekommen. Scheiße, Valk ist da vorbeigrennt. Gehen die vorbei. Die ist da raus, wenn wir in Gang. LOL. Ist da noch einer, Lukas? Die hat sich vor mich hin teleportiert. Die ist auf der Treppe. Hälfte. Valk springt runter. Was? Von wo? Valk ist unten, Lobby. Ich habe keine Ahnung von wo, aber wir haben noch... Das war's. Das ist Doc. Das ist doch. Nein, okay. Rook on spot neben der Geisel im Süden. Valk ist irgendwo hier hinten. Valk ist in der Lobby unten. Ne, die ist von wieder hoch. Ja, ihr müsst weitermachen. 30 Sekunden. Rook ist ein Regal weiter neben dem Fenster. Mehr Druck. Achtung, Jahn, das bin ich. 15 Sekunden. 15 Sekunden remaining. 10 Sekunden. Hostage, secure. Ah, drei! Cure the Hostage. Wieso? ja das war das muss allerdings sein markus das war so geringe hoffnung bei mir ja bei mir ja was glaubst du warum ich immer probiert hab ein bisschen mit dem rücken zu zu tragen äh nehm a bieb gern geschehen oh ja da hab ich mir jetzt echt gedacht naja was machst du im sekunden vor schluss das ja ich hab schon glaub ich hab dich erschossen markus weil du genau halt in meine schusslinie zwischen den wald es hat zum glück gepasst ich hab da ne idee aber ich hab nicht mitgeregt durch mein tod dass die geisel auch in downstate war das war jetzt gerade ein extra erlebnis für mich dass das funktioniert hat ja immer brauchen wir auch glück mich noch hast lassen bitte jetzt schon los mit blackbeard die haben mich gesehen die wissen was ich mach hab die twitch drohne ja merkt das ja was macht das jetzt schon noch jackal injured Wo ist die scheiß Drohne? Ich glaub der wird jetzt wiederbelebt Hibana tot Nice Jackal immer noch injured Das wär ich nicht schrecken Camp übrigens drüben die andere Leiter Es könnte sein, dass sie die gefunden Wird immer ganz genau Immer die Twitch Jedes Mal Lukas ich fürchte Richtung Retour Oder? Was? Ja Twitch Komm vom Schlafzimmer Was? Alter Ich report dich jetzt Dann kümmere ich mich nicht mehr um dich Ich sag ja jedes Mal Ich sag ja jedes Mal die sie im Faket Ja aber wie sie nicht stirbt finde ich am geilsten Jackal lebt dann auch noch Der hätt schon tot sein müssen Könnt ihr mir helfen? Jetzt setzen wir noch ihr zwei Ja mit der Cam Das wird schon reichen Da unten ist einer Jackal ist unter dir Schaut auf dich Schön Gut Das war ja sie Da kommt noch einer Jackal Wo? Hier markiert Im Gang Hier oben oben Nice das war der Ich hör den hier Der ist Der ist in Norden Musik aus bitte Norden Okay Dort beim Schlafzimmer Hör ich den Ja Jawoll War das nice? Nee oder? Nein ich hab Die Bahn nach dem Auto Aber Geil Jan Geil Gute Arbeit Aber nix Espresso Hehehe Sauber Ich brauche kurz Bitte kurz Toilettenpause Ich lebe den Spot Wenn wir Web spielen Kann uns das Krönchen kurz rausziehen? Ja ja mach ich Danke Aber trotzdem Die Twitch war seltsam 10-2-1 Ja das war schon krass Bei dir Ach jetzt hier zurück zum Hauptmenü Oder was? Das rote? Nein das war der Truppenführer Boing